Jetzt bei uns am Mikrofon Mr. Neville Staple. Mr. Staple, die Leute haben hier zwei Tage Ska-Festival in den Beinen. Sie haben es trotzdem geschafft, sie auch am dritten Tag noch hochzukriegen, zum Tanzen zu bringen. Was ist ihr Geheimnis? Mein Geheimnis? Ja, was ist dein Geheimnis? Du hast mit meinem Geheimnis geschlossen. Ich bin nur ein Unternehmer, ich bin nur ein Unternehmer. Und heute Abend habe ich nur die Songs, die ich mag, von den Specialen. Meine Lieblingssong. Mr. Staple, Sie sind heute aus Österreich gekommen. Von Vienna this morning and then came straight here. Wann sehen wir Sie wieder in Deutschland? The promoter I see is fit to get me out in Germany. Warren, when are we going to Germany? To Germany? Ja, this is on my manager. Well, we're supposed to be sorting out a tour for September. Hopefully. Just need to find a decent agent. Oh, really? Yeah. Yeah, we're looking for an agent out there. Somebody don't take the pee. Hey, gibt's neue Releases oder ein neues Album vielleicht? But I've got a new album coming out at the minute, though, to be honest with you. So let's plug that as well. I'll just, yeah, be out by, say, a couple of months. I'll finish it. 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 Vielen Dank.